Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einer neuen Bücherwoche von mir. Diesmal wieder mit zwei Bücherwochen zusammengefasst und ich kann so viel sagen, hätte ich geahnt, dass in meinem Urlaub doch noch so viel am Buch dazu kommt, hätte ich wahrscheinlich tatsächlich die Bücherwochen nicht zusammengefasst. Aber ja, nehmt euch einfach eine Tasse Tee, macht es euch am Wochenende jetzt hier gemütlich. Ihr seht hier oben, dass es in diesem Video eine bezahlte Kooperation gibt. Ich werde euch heute ein bisschen mehr zum Relax-Holder erzählen. Ich hatte euch das schon in den Neuzugängen ein bisschen angeteasert und möchte heute euch das auch ein bisschen mehr vorstellen. Also hier natürlich dann auch die Werbekennzeichen für die Produktplatzierung. Und ja, dazu kommen wir aber dann auf jeden Fall ein kleines bisschen später. Ich hatte, es waren ja zwei kurze Wochen mit einem, einer Woche mit vier Arbeitstagen. Es gab das Osterwochenende und dann hatte ich Urlaub. Und ich muss kurz zählen, es sind, glaube ich, sieben Bücher geworden. Wobei, bei dem einen war es ja nur ein halbes Buch, bei dem anderen, das habe ich abgebrochen. Und ja, ich bin selbst ein bisschen überrascht, dadurch, dass die erste Woche gar nicht gar nicht so gut gelaufen ist. Ich dachte, naja, im Urlaub wirst du vielleicht gar nicht so viel lesen. Aber ich war dann an doch zwei Tagen sehr im Leseflow und auch an den Wochenenden so ein bisschen, wo man nicht unterwegs war. Und dann ist dann doch ein bisschen mehr so zusammengekommen, als ich gedacht habe. Ich werde euch nun jetzt erstmal die Bücher vorstellen, die jetzt danach dann folgen. Dann werde ich die Produktplatzierung euch einblenden und euch ein bisschen was zum Relax-Holder erzählen. Der mir in den letzten Monaten, also tatsächlich jetzt April und auch schon im März woher bei mir eingezogen ist, wirklich treue Dienste geleistet hat. Und ich schon so viel auf jeden Fall verraten kann, dass ich sehr angetan bin. Und ja, auch immer wieder irgendwie E-Books natürlich lese. Und dann kommen wir nach und nach zu den einzelnen Büchern. Alles findet ihr unten in der Infobox, die Zeitstempel. Natürlich auch den Link zum Relax-Holder zu den Büchern. Und auch, wenn ich dann über das sonstige Geplaudere starte. Denn ich war im Kino, ich war in Fantastische Tierwesen 3, da möchte ich ein bisschen was erzählen. Und ja, ich bin auch bei The Originals schon ziemlich weit, da werde ich auch kurz ein bisschen was erzählen. Und ja, aber wir machen uns keinen Stress, wir nehmen uns ganz viel Zeit, wir sind entspannt. Und ja, wir starten jetzt erstmal mit der Schnellvorstellung oder ja, welche Bücher jetzt wie gelesen wurden. Die Woche hat gestartet mit Ankora von Colin Hardler. Ich denke mal, nachdem er ja glaube ich Österreicher ist, kann man so aussprechen. Die Zeit ist gegen dich, ein großartiges Cover. Da werde ich dann noch ein bisschen was erzählen. Dann habe ich mit meiner Freundin ja im King im April da nachts gelesen. Und hier haben wir dann nun die zweite Kurzgeschichte Zeitrava beendet. Und ja, deswegen auch nur so das halbe Buch. Es wurde ja das neue Buch von T.J. Kloon gelesen. Das unglaubliche Leben des Wallace Price. Und ja, es war, das kann ich schon sagen, sehr, sehr, sehr grandios. Ja, so ist das manchmal. Ja, das erste E-Book, was dann auch mit dem Relax Holder gelesen wurde, ist die theoretische Unwahrscheinlichkeit von Liebe von Ellie Hazelwood. Ich kann meine eigene Schrift gerade gefühlt nicht mehr lesen. Ja, das habe ich gelesen, hatte ja im englischsprachigen Raum schon einen großen Hype erlebt. Abgebrochen habe ich die magischen Buchhändler von London von Garth Nix. Ein Buch, was er sogar in den australischen Preis irgendwie bekommen hat. Und als bester Fantasy-Roman mich konnte es leider nicht überzeugen. Ich bin ein bisschen auf Reisen gegangen. Das war dann in meiner Urlaubswoche. Und zwar die dunkle Seite von Nick Martin ist im letzten Jahr schon eingezogen. Und ich habe es irgendwie vergessen. Es ist ein Rezensionsexemplar. Es tut mir echt mega leid. Manchmal geht sowas tatsächlich irgendwie unter. Aber jetzt im Urlaub bin ich mit Nick Martin ein bisschen auf Reisen gegangen. Auch wenn das ja hier nicht seine schönsten Erlebnisse waren. Und das letzte Buch gilt so halb für Nick King im April. Nämlich Stranger Weather von Joe Hill. Und Joe Hill ist ja bekanntermaßen der Sohn von Stephen King. Und ich habe mich hier mal an die vier Novellen getraut, die im letzten Jahr herausgekommen sind. Und ja, dementsprechend passt das so ein bisschen an Nick King im April. Wir starten jetzt aber erstmal mit der Vorstellung vom Relax Holder. einem wunderbaren E-Book Halter, der mir im März zur Verfügung gestellt wurde zum Ausprobieren. Und ich habe da auch ein bisschen was für euch vorbereitet und wünsche euch da jetzt ganz viel Spaß. Ich liebe Bücher. Ich kaufe sie, ich sammle sie, ich lese sie. Und dann liebe ich es, sie in meinem Regal zu präsentieren. Ich lese überall. Ich habe immer ein Buch dabei. Ich genieße es, unterwegs abtauchen zu können in fremde Welten. Und das natürlich am besten mit meinem E-Book Reader. Ich habe ihn seit vielen, vielen Jahren. Ich liebe ihn sehr. Und ich finde es toll, dass man eine ganze Bibliothek mit sich herumtragen kann. Dass man jederzeit Zugriff auf alle anderen Bücher auf dieser Welt hat. Und dass man gar nicht warten muss, bis man in den nächsten Laden geht. Sondern es sich, sobald man WLAN hat, herunterladen kann. So viel mir das Lesen auch Spaß macht, merke ich es doch recht schnell im Nacken. Denn der klassische Handy-Nacken ist natürlich auch beim E-Book-Lesen ein kleines Problem. Man spürt es nicht nur im Nacken, in den Schultern, sondern je nach Lage auch in der Armhaltung, in den Gelenken, in den Ellbogen. Man macht es sich dann irgendwie mit Kissen und Beinen und allerhand anderen Dingen gemütlich. Und hier kommt nun der Relax Holder in SPI. Wie man sieht, eine einfache Konstruktion, die sehr leicht ist und das Lesen eben auch einfacher macht. Zumindest, wenn es um das E-Book-Lesen geht. Es ist aus leichten Birkenholz und der E-Book Reader lässt sich ganz einfach hineinschieben. Und durch die Drehschrauben, die hier vorne wunderbar auch noch geschützt sind, damit sie eben den E-Book Reader nicht kaputt machen, zerkratzen, kann man ihn festdrehen. Hat dann den E-Book Reader wirklich sehr gut im Griff und hat hier eine Erhöhung des Lesens sozusagen um 50 Grad verbessert. Der Relax Holder ist sehr einfach und erschwert das Lesen gar nicht. Man kann ihn wunderbar mittransportieren und man wird dann im Vergleich sehen, wie wunderbar er hier eben dann auch das Lesen, die Haltung vereinfacht. Ja, ein wunderbares X, eine tolle Erfindung. Und hier sieht man den direkten Vergleich, wie entspannt es sich mit dem Relax Holder lesen lässt. Wie wunderbar einfach man ihn mit einer Hand hält, man es erhöht, ohne komische Konstruktionen bauen zu müssen. Der Kopf ist gerade, die Armhaltung ist entspannt, man kann die zweite Hand irgendwo hin tun. Und auch in der zweiten Position, man sieht, wie entspannt die Arme sind, die Hände sind, die Gelenke sind. Der Kopf ist erhöhter, damit beugt man dem Nacken vor und es ist wirklich ein wahnsinnig angenehmes Lesen. Also, wie ihr gesehen habt, super, super praktisch. Ja, das einzige Manko ist für unterwegs in der Tasche. Es ist zwar leicht und es hat wirklich kein Gewicht, aber da packe ich dann doch meinen E-Book Reader einfach in die Hülle und nehme ihn unterwegs mit. Da ist mir das Gerät dann doch ein bisschen zu groß für die Handtasche. Aber sonst fand ich ihn jetzt wirklich zu Hause im Garten auf dem Balkon super praktisch. Und ja, wenn ihr da Infos braucht, alles in der Infobox, schaut da gerne mal vorbei. Meine Woche hat aber begonnen mit einem echten haptischen Buch, nämlich Ankora von Colin Hartler. Ein Buch, das ich schon ein paar Mal auf Instagram gesehen habe, dann noch bei der lieben Anka. Besonders durch das coole Cover, also wo man in der Broschur sozusagen das Auge hat und man dann selbst irgendwie zum Auge werden kann. Ja, es ist natürlich ein Hingucker, gar keine Frage. Das hat der Planet Verlag richtig gut gemacht und mich hat dann der Autor angeschrieben, ob ich nicht Lust auf sein Buch hätte. Und ja, ich hatte definitiv Lust und es war kaum bei mir eingezogen, habe ich damit auch schon angefangen. Denn nicht nur das Cover sieht stark aus, sondern auch der Klappentext klang spannend. Wir treffen hier auf drei Freunde, nämlich Romy, Aurel und Yannis und die machen einen Ausflug der besonderen Art. Denn sie reisen nach Ankora und wollen da einige Wochen ihrer Ferien oder waren sogar schon Urlaub, ich bin mir gerade nicht mehr sicher, verbringen. Sie wollen die Zeit in einer abgeschiedenen Zivilisation verbringen. Es gibt dort keinen Handyempfang, es gibt kein Internet, es gibt keinen Fernseher und auch Alkohol ist nicht so wirklich gerne gesehen. Wir haben hier eine kleine Dorfgemeinschaft, die wirklich ein bisschen anders lebt, als man es eben in der heutigen Zeit so kennt. Doch bereits bei der Ankunft geschehen merkwürdige Dinge und auch nicht nur die Bewohner sind etwas zurückhaltend. Als dann aber auch noch ein Hilferuf auftaucht, den die drei mitbekommen, zweifeln sie so ein bisschen an der guten Idee des Ausfluges und an den Dingen, die da noch kommen. Ich möchte tatsächlich zur Handlung gar nicht so viel mehr erzählen, denn ich finde es schon super spannend, dass wir die drei Leute haben, dass wir in einem abgeschiedenen Städtchen, Dörfchen sind, dass es eine Dorfgemeinschaft gibt, dass es eben auch dieses mysteriöse Geschehen gibt, dass wir Hilferufe haben. Und ich finde, das sollte schon tatsächlich überzeugen. Mich hat die Geschichte wirklich sehr gepackt. Wir haben hier einen Jugendthriller, der wirklich ein Wow in meinem Kopf hinterlassen hat. Also packend, spannend, atmosphärisch. Alles, was man sich von einem Thriller wünscht, vielleicht so ein bisschen eine Stufe weniger, auch an Brutalität, nicht in Gänze so stark, wie das bei Erwachsenen-Thrillern ist. Aber ich bin ja nun auch ein bisschen erwachsener und ich hatte mit diesem Jugendthriller wirklich große, große Freude. Der Stil von Colin Hardler ist sehr packend. Wahnsinn, wie er einen in die Geschichte zieht, mit den drei Charakteren hineinzieht und man diese Städtchen vor Augen hat, die Dorfbewohner. Es ist wahnsinnig bildhaft. Man spürt förmlich, ja, was um einen herum passiert. Man riecht Dinge, man fühlt Atem im Nacken. Also es war wirklich vom Schreibstil grandios gemacht. Es hat mich innerhalb von wenigen Seiten wirklich gepackt. Ich wollte eigentlich nur mal reinlesen und dachte, ja, guckst du dir mal an, wie so der Anfang ist. Und gefühlt wirklich, zack, waren 150 Seiten weggelesen. Und ich war wirklich positiv selbst überrascht darüber, dass man wirklich so wenige Seiten gebraucht hat. Es waren vielleicht wirklich so 20, 30 Seiten und man war mittendrin, man war gepackt, man war gefesselt und man wollte einfach wissen, wie es weitergeht. Es war wahnsinnig atmosphärisch beschrieben. Also es war wirklich ganz, ganz toll gemacht. Diese Städtchen, diese Dorfgemeinschaft, wie die Menschen dort ticken, worauf es ihnen ankommt, was in dem Wald passiert, in der Umgebung. Ich fand das wirklich lebendig. Ich fand das bildhaft. Und wie gesagt, man riecht förmlich alles oder man spürt den Atem im Nacken. Und das war wirklich großartig gemacht. Es gibt ein gutes Bild der Umgebung. Und eben auch, als wir mit den dreien irgendwie so ein bisschen unterwegs sind, bekommt man wirklich eine tolle Vorstellung, ja, was da so passiert. Und auch wie all das Mysteriöse, was hier so umherum passiert, auch so manche Dinge, die aus dieser Dorfgemeinschaft passieren, das war wirklich, ha, mit Gänsehautmoment, das war richtig toll beschrieben. Die Charaktere sind ebenfalls sehr detailreich und nachvollziehbar beschrieben. Besonders Romy lernen wir, ja, ich würde schon sagen, als Protagonistin sehr, sehr gut kennen. Natürlich auch ihre Freunde, die mit dabei sind. Auch die Bewohner des Dorfes sind zum Teil wirklich sehr greifbar, wenn auch nicht immer bildhaft. Das muss man ganz klar sagen. Aber diesen Anspruch habe ich auch nicht an so nebenbei Charaktere. Ich habe das Buch geliebt und es wäre ein Highlight geworden, wenn es nicht eine Wendung in der Geschichte geht, so ab der Mitte, wo wir etwas so mit einer Art Liebesgeschichte haben. Das hätte es für mich einfach nicht gebraucht. Ich finde, die Geschichte war schon so atmosphärisch und spannend, dass ich mir da einfach eine andere Reaktion gewünscht hätte, ein anderes Agieren. Und ja, ich dann auch mit Romy nicht mehr ganz so klar gekommen bin. Denn die eigentliche Idee, was es auch mit Ankora auf sich hat und mit Romy und ihrer Vergangenheit und ihrer Familie und das hätte absolut schon gereicht. Es hätte diesen Twist für mich in der Mitte, ja, gar nicht so gebraucht, weil ich dachte, ach, was muss denn das jetzt wieder rein? Ja, es ist ein Jugendbuch und gefühlt hat jedes Jugendbuch auch irgendwie eine Liebesgeschichte oder den Anfang davon. Und ja, ich hätte mir aber gewünscht, dass wir bei diesem Jugendthriller dieses Element nicht haben. Dann wäre das für mich wirklich das Highlight geworden. So muss ich ihm zwangsläufig ein bisschen was abziehen, weil mich diese Wendung und dann auch die Entwicklung von Romy, das hat mich irgendwie nicht so ganz überzeugt und es war für mich einfach unnötig. Aber wer einen soliden, richtig guten, atmosphärischen Jugendthriller lesen möchte und sich auch nicht abschrecken lässt, dass da eben irgendwie sowas drin ist, ja, der wird auf jeden Fall seine Freude haben. Man kann da auch darüber hinwegsehen. Deswegen ist das trotzdem ein tolles, tolles Jugendbuch und ich glaube auch, dass wäre ich vielleicht 20 Jahre jünger, mich das auch gar nicht gestört hätte. Also wer da was für Jugendliche möchte, für jüngere Leser, also ich würde schon sagen, wahrscheinlich so ab 14 würde ich das empfehlen. Ja, da hat hier wirklich eine absolute Buchempfehlung, weil mir das echt großen Spaß gemacht hat. Und ich weiß, so ein Kritikpunkt, das ist immer so hart, aber gefühlt muss man sich ja auch auf die schönen Dinge konzentrieren. Deswegen ist es eine Empfehlung. Es ist ein kleines Jugendbuch-Highlight. Und über diese kleine Kritik, über diese Wendung, ja, es hat halt mich persönlich einfach gestört. Darüber kann ich auch nicht hinwegsehen. Aber sonst war das Buch wirklich richtig, richtig toll. Auch die Auflösung hinten nach fand ich super spannend gemacht. Und mir hat das Buch wirklich große, große Freude gemacht. So, dann auch die nächste Geschichte. Und zwar Nachts von Stephen King, ganz dem Motto King im April. Gefrönt habe ich ja zusammen mit meiner lieben Freundin aus der Schweiz, liebe Grüße gehen raus an dich, Anita, jetzt in der zweiten Aprilwoche dann auch die zweite Kurzgeschichte in Nachts gelesen, nämlich Zeitraffer. Hier sind eben zwei Geschichten enthalten. Über die erste habe ich ja in der letzten Bücherwoche schon gesprochen. Das war der Bibliothekspolizist. Und beide Geschichten sind zusammen mit Langolias und das geheime Fenster, der geheime Garten, jetzt in vier nach Mitternacht enthalten. Also solltet ihr die Geschichte suchen und euch nicht nachts zum Beispiel gebraucht irgendwo her suchen. Ja, man findet diese vier Geschichten, wo eben diese zwei inkludiert sind, jetzt in vier nach Mitternacht. Und das ist verwirrend genug, wenn man sich unterhält über verschiedenste Ausgaben. Und Thorsten hat im Kingsianer Hangout ja auch seine Nachtsausgabe gezeigt. Ja, es ist echt verrückt, was da im Grunde so an Ausgaben umhergehen. Wir haben hier auch wieder eine kürzere Geschichte. Ich glaube aber tatsächlich, dass die gar nicht so kurz war. 300, ich glaube, die hatte auch knapp 200 Seiten. Also schon eine gute Novelllänge auf jeden Fall. Und wir treffen auf Kevin, der zu seinem 15. Geburtstag eine Polaroid-Kamera bekommt. Sie geht allerdings direkt kaputt, nachdem er das erste Foto schießen konnte. Und ja, das Bild entwickelt so ein bisschen sein Eigenleben, beziehungsweise dann auch die weiteren Bilder daraus. Und ja, wir sind hier unterwegs in Castle Rock und Kevin will sich eigentlich Hilfe suchen, merkt aber recht schnell, dass auch dort, wo er Hilfe sucht, nicht so richtig ihm geholfen wird, sondern dass es eben mit der Polaroid-Kamera doch ganz andere Dinge noch so auf sich hat. Und ich möchte tatsächlich gar nicht so viel dazu erzählen, weil das ist natürlich, ja. Mir hat die Geschichte der Zeitraffer um einiges besser gefallen als der Bibliothekspolizist. Von mir bekommt diese Novelle vier Sterne, während ja der Bibliothekspolizist, ich sag jetzt mal, so drei Sterne bekommen hat. Und insgesamt, ich vergebe ja keine halben Sterne, bekommt jetzt aber nachts von mir vier Sterne, weil definitiv, ja, Zeitraffer schon mit ein, zwei kleinen Kritikpunkten auch wirklich eine ganz, ganz tolle Novelle von King war. Denn sie ist ebenfalls wahnsinnig atmosphärisch, sie ist gruselig und sie hat auch so eine wahnsinnig spannende Idee. Das muss man wirklich sagen. Besonders für die damalige Zeit, man darf ja nicht vergessen, dass das Buch schon über 30 Jahre alt ist. Und die Idee, und dass wir in Castle Rock sind und dass es wieder Bezüge so zu anderen Büchern gibt, das fand ich auf jeden Fall wieder richtig, richtig toll. Also es ist Wahnsinn, was Stephen King hier im Kopf hat, wenn er an sein Castle Rock denkt. Und er hat in irgendeiner Vorbemerkung, spricht er über sich im Vergleich mit Tolkien, dass er sich ja selbst gar nicht so einschätzt wie Tolkien. Ich weiß gar nicht, wo das irgendwie stand. Ach hier, weil es ging eben um Castle Rock und dass er da so viel Zeit hat. Und dann sagt er hier schön, das ist alles schön und gut, aber für einen Schriftsteller ist es vielleicht nicht eben gut, wenn er von einem fiktiven Schauplatz zu besessen ist. Bei Faulkner und J.R.R. Tolkien war es zweifellos gut, aber das sind zwei Ausnahmen, die die Regel bestätigen. Und darüber hinaus spiele ich nicht in dieser Liga. Und ich muss sagen, ich fand das ein bisschen untertrieben, denn Stephen King spielt sehr wohl in der Liga eines Tolkien. Also ja, ich habe ihn ja jetzt auch zu meinen liebsten Autoren sozusagen gezählt. Und ich finde schon, dass Stephen King natürlich ein bisschen fanatisch ist, was seine Orte angeht, wo viele seiner Geschichten spielen. Also gerade Castle Rock ist ja sehr bekannt, da ist ja so einiges passiert. Und ich finde das gar nicht schlimm, wenn man als Leser dann eben auch immer wieder Orte entdeckt, Charaktere entdeckt und sagt, Mensch, die waren doch irgendwie in der und der Geschichte und der Name kommt mir bekannt vor. Und das ist ja, wie wenn man so alte Bekannte im Gedächtnis irgendwie wieder trifft. Ja, das finde ich, hat er wieder richtig, richtig toll gemacht. Er hat uns da großartig mitgenommen, bildhaft, lebendig, atmosphärisch und wirklich mit viel, viel, viel Spannung. Die Charaktere werden sehr gut beschrieben. Also neben Kevin, seiner Familie, der, der ihm ein bisschen helfen soll, aber auch Nebencharaktere, die eben irgendwie auftauchen. Auch wenn es natürlich in Anbetracht, dass diese Geschichte nur 200 Zeiten hat, auch ein bisschen kurz kommt, fand ich das aber tatsächlich gar nicht schlecht. Mir persönlich war das Ende zu schnell. Und das ist ja oftmals eine Krankheit von Stephen King, dass die Enden irgendwie nicht so richtig hinhauen. Ich fand, dass die Auflösung großartig war, das muss ich wirklich sagen. Ich hätte mir aber hier irgendwie vielleicht noch so 20, 30 Seiten mehr gewünscht, dass das Ende so ein bisschen ausführlicher ist, obwohl die Idee des Endes, also das war wirklich wahnsinnig gut gemacht. Überhaupt der ganze Weg, den Kevin geht mit dieser kaputten Polaroid-Kamera, fand ich richtig, richtig toll. So ein bisschen mehr am Ende hätte ich mir tatsächlich gewünscht. Und das ist auch so ein bisschen die Kritik. Dadurch, dass eben die Nebencharaktere ein bisschen blass bleiben, das Ende ein bisschen schnell kommt, ist es eben dann eben keine Highlight-Novelle. Aber das ist wahrscheinlich auch einfach mein Problem, was ich oft mit Novellen und Kurzgeschichten habe, dass ich mich halt auch wohlfühle in Geschichten 300, 400 Seiten, was das so meine Welt ist. Und natürlich wird man sich bei einer Novelle auch irgendwie begrenzen wollen und dann auch irgendwie zum Schluss kommen wollen. Und ja, das hat er aber großartig gemacht. Die Idee, das Ende, der Weg dahin, richtig, richtig toll. Also zwei Kurzgeschichten, zwei Novellen, die mir sehr gut gefallen haben, die Spaß gemacht haben, die mich unterhalten haben. Und ja, schön, dass ich dieses Büchlein, ja, Büchlein, dieses Buch jetzt beendet habe. Es wird ein Stockwerk tiefer wandern. Hier bei mir sind ja in der Regel nur die Subbücher. Die gelesenen kommen ja zur Stephen King-Sammlung nach unten. Und ja, das finde ich auf jeden Fall gut. Und ja, war eine wunderbare Zusammenlesezeit. Und schön, dass wir den King im April gelesen haben und ja, dann eben auch zusammen gelesen wurde. Es geht direkt weiter mit dem nächsten Highlight. Nämlich mit das unglaubliche Leben des Wallace Price von T.J. Gloom. Lange, lange, lange darauf gewartet sozusagen. Denn im letzten Jahr war Mr. Panassos Heim für magisch Begabte ja für viele wirklich ein Highlight. Auch für mich eine Geschichte, die mir so tief in Erinnerung ist, so viele Gefühle gegeben hat, so toll war, mich so begeistert hat, dass ich mich sehr auf das nächste Buch von T.J. Gloom gefreut habe. Ich finde auch das Cover richtig, richtig toll. Auch die Gestaltung hier vom Buchrücken, richtig schön. Aber lasst uns, ich habe auf Instagram schon gemeckert, hier über diesen gedruckten Sticker sprechen. Lieber Heine Verlag, mach das nicht. Es mag fürs Marketing toll sein, es mag für die Produktion günstiger sein, aber als Büchernerd will ich keinen Sticker aufgedruckt auf meinem Buch. Also ich finde, das ist wirklich ein No-Go. Ich finde das wirklich schrecklich. Jetzt sieht man natürlich das Cover in der Regel nicht, wenn es im Regal steht. Aber ich meine, man kann das Buch halt auch nicht nur so in die Hand nehmen. Also ich kann das echt nicht verstehen. Und wer hat bei dem Cover noch Fuchsbau-Gedanken? Ja, also ich habe das irgendwie cool gefunden. Ich finde das Haus sowieso tatsächlich richtig cool. Und man kann es sich tatsächlich auch so vorstellen. Aber um was geht es jetzt natürlich im neuen Buch von T.J. Kloon? Ja, es geht um Vellis Price. Und der ist ein erfolgreicher Anwalt, ein Workaholic. Er ist ein richtiges Ekelpaket zu Kollegen, Mitarbeitern. Selbst zu seinen Klienten ist er, glaube ich, nicht wirklich nett. Und ja, er kündigte gerade eine Mitarbeiterin, die wirklich nur einen kleinen Flüchtigkeitsfehler gemacht hat, aber schon jahrelang eigentlich angestellt ist. Und er kündigt ihr und auf einmal herrscht bei ihm Doppelheit. Als er wieder aufwacht, merkte er irgendwie, wo bin ich hier, was mache ich hier, wie bin ich hier hingekommen? Denn er wacht bei seiner eigenen Beerdigung auf und stellt fest, dass er tot ist, dass er gestorben ist. Und dass das nicht alles irgendwie ein Witz ist, für das das tatsächlich am Anfang noch hält, sondern dass er tatsächlich tot ist. Und er auch seine Ex-Frau trifft und noch ein, zwei andere, die so ein bisschen zu der Beerdigung gekommen sind. Und dann trifft er auf May, wieder Monat, nur anders geschrieben. Und sie ist von Beruf Setzenmann. Und ihr Weg oder ihre Aufgabe ist es jetzt, sie zum Fährmann zu bringen, der ihn dann in die nächste Station bringen wird. Und so bringt May ihn dann zu einem Teeladen, zu Hugo, der der besagte Fährmann ist. Und zusammen, ja, während des Teetrinkens trifft er eben nicht nur auf Hugo und May, sondern auch auf, ja, den verstorbenen Opa von Hugo samt dessen Hund. Und diese beiden, ich habe sie so ins Herz geschlossen, also ich habe, ah, ja, das war richtig, richtig toll. Und während sie jetzt eben Tee trinken, wird Welles auf das Jenseits vorbereitet. Ihm wird erklärt, was er jetzt hier zu tun hat oder was hier passiert, was der nächste Schritt ist und wie er dann eben irgendwann durch diese Tür gehen kann und dann eben einfach die nächste Station zu gelangen. Und nicht nur, dass er eben Hugo, den Fährmann, kennenlernt und May als Sensenmann, sondern, ja, er trifft eben auch auf, ja, den verstorbenen Großvater und auf den Hund. Und, ja, er trifft natürlich dort auch auf Menschen, die kommen, aber eben auch auf andere seinesgleichen, nennen wir es mal so. Und, ja, er ist jetzt hier beim Teetrinken und denkt über sein Leben nach, über seinen Tod und grundsätzlich, was das Leben eigentlich für die Menschen bedeutet und was auch der Tod bedeutet. Und es gibt eine, ich sag jetzt mal, Triggerwarnung ist vielleicht zu viel. Es gibt hier eine Warnung von T.J. Gloon, dass es eben in dem Buch um Leben geht, um Liebe geht, dass es um Verlust und Trauer geht und dass es eben auch um den Tod geht in verschiedensten Formen und dass man das eben aufmerksam lesen sollte. Und ich möchte sagen, ich verstehe diese Warnung. Ich möchte aber vorneweg sagen, für jemanden, der ja letztes Jahr einen sehr schweren Verlust erlitten hat, meine Mama ist ja gestorben, und man könnte jetzt meinen, dass mich das sehr irgendwie mitgenommen hat, das Buch. Also, ja, das möchte ich definitiv auch sagen, aber es ist hier eine wunderbare Idee geschaffen worden, wie eben der Tod funktioniert, was mit den Verstorbenen passiert, wie Trauer funktioniert für Hinterbliebene, aber auch wie Trauer für den Verstorbenen sein könnte. Das wissen wir ja alle nicht. Also, ich möchte sagen, man kann sich da schon heranwarten, aber ich finde schon durchaus berechtigt, dass man diese Warnung vorgibt. Das möchte ich schon unterstreichen. Für mich persönlich war es sogar manchmal so, dass sich die Vorstellung, wie sie T.J. Kloon hat, sehr zum Lächeln gebracht hat, und ich dachte, wie schön wäre das, wenn das tatsächlich so ist. Denn, das möchte ich auch sagen, die Vorstellung, wie T.J. Kloon hier diese Stationen zeigt, uns einen Teeladen gibt, das ist etwas, was meiner Idee, Version des Todes sehr nahe kommt. Und auch dieses von der buddhistischen Philosophie und natürlich auch der Religion und dem Glauben, dass dann eben nach dem Tod noch etwas passiert, man nicht einfach in der Erde liegt und weg ist, sondern ich glaube, dass die Energie wohin geht. Und ich fand, wie das hier beschrieben wurde, das hat sehr zu meiner Vorstellung gepasst, ob das jetzt bei jedem ein Teeladen ist oder vielleicht ein Coffeeshop, wenn jemand gerne einen Kaffee getrunken hat in seinem Leben, das jetzt mal so dahingestellt über die Details. Aber diese Vorstellung, dass es da einen Ort gibt und wo man weitergeführt wird, wo man vielleicht nochmal über das Leben nachdenken kann oder was auch immer kommt, das fand ich richtig schön und das fand ich wirklich eine Art, damit umzugehen, die ich sehr respektvoll fand, sehr schön fand, sehr angebracht fand und die wirklich, also ich fand wirklich sehr respektvoll. Ich glaube, das ist wirklich so das richtige Wort, wie T.J. Kloon hier damit umgeht. Wirklich anders, als es einem mit Hate gemacht hat. Ich muss diesen Vergleich so kurz einbringen. Für mich ist das die Mitternachtsbibliothek nicht mit dem Buch von T.J. Kloon vergleichbar. So, es ist zudem eine ganz andere Geschichte als Mr. Panassos. Also man kann das nicht miteinander vergleichen und das sollte man auch überhaupt nicht. Aber die Geschichte funktioniert für mich genauso gut wie Mr. Panassos, was am Wundermann-Stil von T.J. Kloon liegt. Also es ist für mich wirklich auch ein Highlight. Es ist toll, wie T.J. Kloon hier diese Lebensfreude rüberbringt, diese Art, tolerant zu sein, das Leben zu genießen, das Leben zu nutzen, Selbstreflexion zu üben, dass man immer wieder eben auch etwas für sich, für das Leben, für die Menschen in seinem Leben machen kann und dass eben Leben mehr ist als Arbeit. Und das haben wir ja schon so ein bisschen bei Mr. Panassos gehabt. Also ich glaube, an der grundlegend positiven Lebenseinstellung von T.J. Kloon hat sich nichts verändert. Das ist hier spürbar. Und ja, das finde ich einfach richtig, richtig toll. Ich fand es tatsächlich auch sehr berührend, wie er ja im Grunde auch Welles Price dargestellt hat oder sich hat so einbringen lassen in den Tod. Das fand ich sehr gut gelungen. Denn natürlich ist Welles Price kein Charakter, den man mag. Und das soll man auch gar nicht. Er ist wirklich ein Ekel, er ist arbeitsbesessen, er hat nichts anderes im Leben und natürlich hat das auch was mit ihm gemacht und mit seinem Kopf und mit seinen Gedanken jetzt auch im Grunde nach seinem Leben im Tod. Und da merkt man auch, wie gut das T.J. Kloon tatsächlich angreift, anfasst und wirklich zeigt, alle Menschen sind eben verschieden. Wie man stirbt, wie man vorher war, wie das Leben einen vielleicht auch zu etwas gebracht hat. Und das erfahren wir natürlich auch so ein bisschen durch die Geschichten, die Hugo erzählt oder May erzählt. Und das fand ich richtig, richtig toll gemacht. Und ich fand besonders eben auch alle anderen Charaktere sehr, sehr, sehr lebensnah, echt, lebendig und auch einfach sehr liebevoll gezeichnet. Das muss man echt sagen. Also egal, ob es May ist oder Hugo, die Probleme, die sie in ihrem Leben haben, dadurch, dass sie eben dieses Leben führen und eben switchen können zwischen unserer Welt und eben der Welt der Toten und im Grunde immer entscheiden können, spreche ich jetzt mit Menschen in dem Teeladen oder bin ich jetzt auf der Seite und unterstütze einen Verstorbenen, dass die beiden sind einfach, die möchte man umarmen, die möchte man kennenlernen, mit dem möchte man einen Tee trinken. Auch Nelson, der verstorbene Opa. Ach, so ein liebenswürdiger Charakter. Und dazu auch noch der Hund Apollo. Also richtig, richtig toll. Die bekommen sehr viel Zeit. Die sind sehr viel involviert. Es gibt viele Dialoge, die hier geführt werden oder auch die Gruppendynamik, die hier herrscht. Und das fand ich richtig, richtig schön. Auch die Veränderungen in Menschen wird sehr gut rübergebracht, wird sehr gut dargestellt. Auch was Welles so ein bisschen angeht, auch wenn, und das ist vielleicht so ein kürzer, kleiner Kritikpunkt, ich Welles so ein bisschen, ein bisschen weniger greifbar fand als zum Beispiel die anderen Charaktere. Für mich ist das Ende nicht perfekt und auch nicht so, wie ich es mir vielleicht gewünscht hätte. Aber es ist ein wirklich gutes Ende, was vielleicht eine Spur hätte ruhiger sein können. und vielleicht auch noch ein bisschen realistischer. Aber wir sind hier natürlich fernab von Realismus. Von daher, ja, was ist an der Geschichte schon realistisch? Ich fand das Ende toll. Also mir hat es gut gefallen. Ich hatte befürchtet, dass es in diese Richtung geht oder hatte es so ein bisschen dann irgendwann mir gedacht, hätte mir gewünscht, wenn es aber ein bisschen anders käme, so wie ich es mir vielleicht vorgestellt hätte. Hat das jetzt Sinn gemacht? Ich hoffe, ihr habt jetzt verstanden, wie mein Weg war. Und was ich hier wieder besonders fand, ist, dass Kloon einfach auch wieder zeigt, wie wichtig die Vielfalt ist, die Toleranz ist. Und das macht er so wunderbar ohne erhobenen Zeigefinger. Also das flechtet er wunderbar in die Charaktere ein, in ihre Gedanken, in ihr Tun, in ihre Dialoge. Und das hat er hier auch wieder großartig gemacht. Also ein großartiges Buch, anders als Mr. Panassos. Es hat natürlich ein Thema mit dieser Trauer und dem Tod, was man einfach abkönnen muss. Es gibt, glaube ich, schon Menschen, denen das wahrscheinlich schwerfällt, so etwas zu lesen, auch wenn man jetzt nicht explizit, sage ich mal, bei Todesszenen oder so dabei ist. Aber natürlich macht der Tod etwas mit den Hinterbliebenen, mit den Verstorbenen, die wir ja hier auch treffen und eben mit denen, die sie auch auf dem kleinen Weg irgendwie begleiten. Und ich habe viel gelacht, viel geschmunzelt. Ich hatte aber auch viele Traurige sehen. Also man kann hier auch gut sehen. Ich habe einiges markiert. Und mir hat hier besonders etwas gefallen. Da ging es um das Tee trinken. Und hier heißt es so schön, beim ersten gemeinsamen Tee bist du ein Fremder. Beim zweiten gemeinsamen Tee bist du ein geehrter Gast. Beim dritten gemeinsamen Tee gehörst du zur Familie. Und ich fand das so schön. Und das spiegelt sich eben in diesem Teehaus auch immer wieder. Und es gab ja auch etwas sehr Lustiges. Das habe ich hier gerade markiert. Entschuldigt. Ich wollte hier jetzt eigentlich noch ein bisschen über das Tee trinken sprechen. Denn auch ich trinke ja sehr, sehr, sehr gerne Tee. Und es ging hier zum Beispiel auch etwas sehr Schönes bezüglich des Unterbewusstseins und Träumen, dass man eben, wenn man träumt, nicht in der Lage ist, neue Gesichter aus dem Nichts zu erschaffen. Und das fand ich super spannend, weil ich so, ich bin ein sehr intensiver Träumer. Ich kann mich an sehr viel erinnern. Und es stimmt, ich habe keine unbekannten Gesichter in meinen Träumen. Und es heißt hier auch so schön, jedem, dem wir im Traum begegnen, sind wir irgendwo schon einmal begegnet. Und sei es nur flüchtig. Wenn wir wach sind, ist alles klar, weil wir es mit eigenen Augen direkt vor uns sehen. Oder wir hören es mit den Ohren, riechen es mit unserer Nase. Wenn du tot bist, ist das anders. Du musst wieder ganz von vorne anfangen. Und das fand ich so schön, weil natürlich das mit dem Unterbewusstsein, mit dem Träumen, das fand ich richtig toll. Hier auch sehr schön, er ist ein Ende, sicher. Aber nur eines, das dich auf den Beginn von etwas Neuem vorbereitet, als es dann eben um den Tod gegangen ist. Und das hatte für mich auch so ein bisschen Herr der Ringe-Vibes. Da gibt es ja auch einen Dialog zwischen Gandalf und, ich glaube es ist Pipin. Ich kriege die beiden immer, also auch nach 20 Jahren nicht, oder 25 Jahren nicht auseinander. Und da geht es ja auch um den Tod und dass das nichts weiter ist als nur ein nächster Weg. Und, ach ja, es war ein großartiges Buch, das viel in mir bewegt hat, das mich sehr gerührt hat, das mich zum Lachen gebracht hat, das auch einfach gezeigt hat, Tod muss nicht immer ernst sein, nicht immer das Ende, sondern, ja, es ist eben nur der weitere Weg. und das hat TJ Klune für mich perfekt geschaffen und das hat mir wirklich großartig gefallen und viel, viel Freude bereitet und, ja, definitiv auch ein Highlight und ein Buch, das ich nicht zum letzten Mal gelesen habe. Dann kommen wir zum ersten E-Book. Ja, der Relaxholder war natürlich am Start, nämlich die theoretische Unwahrscheinlichkeit von Liebe von Ellie Hazelwood. Ein Buch, das, ich glaube, seit einem Jahr gefühlt im englischsprachigen Raum schon sehr gehypt wird, auch viele deutsche Booktuber es schon gelesen haben oder auch auf Bookstagram gezeigt haben und man wirklich das Gefühl hatte, hier kommt ein grandioser, moderner, neuartiger Liebesroman. Ich möchte kurz über das Cover sprechen, denn das finde ich wirklich schrecklich. Also, muss ich sagen, was hat man sich bei diesem Cover gedacht? Ja, die Farben mit den Formeln, das finde ich noch ganz gut, aber diese Protagonistin, die so nach hinten stürzt, gefällt mir leider überhaupt nicht. Da gefällt mir das Original mit der Comiczeichnung definitiv besser. Es ist jetzt auch schon das nächste Buch von der Autorin angekündigt, das dann wohl im Dezember kommen wird und das klingt auch schon spannend. Es geht in dem Buch um die Doktorantin Olive, die ist aus Kanada, studiert aktuell an der Elite-Uni Stanford und ja, ihre beste Freundin Ann hat ihr gestanden, dass sie auf den Ex-Freund von Olive steht und sie würde gerne mit ihm ausgehen, aber der Freundinnen-Kodex, da möchte man das natürlich nicht, aber Olive sieht das überhaupt nicht kritisch und hat damit auch gar kein Problem und ja, Ann oder Ann lässt sich davon aber gar nicht abbringen und dann behauptet Olive einfach, sie hat einen Freund und als sie eben irgendwie behauptet, sie hat abends ein Date am Campus, ja, kommt Ann und sieht sie eben und es bleibt Olive nichts anderes übrig als den erstbesten fremden Typen, sozusagen, der über den Weg läuft, zu küssen und ja, der fremde Geküsste sozusagen ist erstmal ein bisschen überrascht, spielt das Spielchen, aber relativ schnell so ein bisschen mit, er ist allerdings kein Unbekannte und nicht einfach ein Student, sondern er ist der gefürchtetste Wissenschaftsprofessor hier an der Schule, er ist auch so, wird sehr angehimmelt, wenn auch gefürchtet, es ist Adam Carlson und ja, beide gehen dann diese Fake-Beziehung ein, einigen sich darauf, sich einmal in der Woche auf einen Kaffee zu treffen, um ja zumindest das so ein bisschen vorzutäuschen, doch es gibt ja auf so einem kleinen Campus natürlich immer sehr viele Zufälle und auch Begegnungen und Veranstaltungen und ja, so entwickelt sich dann doch irgendwie so ein bisschen, ja, mehr als beide erst irgendwie ahnten und ja, als dann eben auch noch sich eine Chance für Oliven auftut, ist Adam auch nicht abgeneigt, da zu helfen. Es ist eine unterhaltsame Liebesgeschichte, die mir wirklich viel Spaß gemacht hat. Ich habe die am Ostersonntag, Ostermontag gelesen, ich hatte hier wirklich sonniges Wetter, ich war wunderbarst auch auf dem Balkon, ich hatte sehr, sehr viel Spaß, muss aber auch sagen, dass ich den Hype darum nicht so richtig verstehe. Also es ist kein Highlight für mich geworden, aber eine tolle Liebesgeschichte. Die Geschichte startet sehr direkt, sehr schnell, man lernt Oliven auch wirklich sehr gut kennen, trotz dass die Geschichte in der dritten Person erzählt wird, das ist ja oft in Liebesgeschichten auch ein bisschen anders, fand ich ein bisschen gewöhnungsbedürftig zu beginnen, aber wenn man dann mal drin ist, finde ich das überhaupt nicht problematisch, denn man hat natürlich auch so die Chance, tatsächlich Adam ein bisschen näher zu kommen und seine Gedanken, seine Gefühle so ein bisschen besser zu verstehen, was natürlich aus rein ihrer Perspektive nicht möglich gewesen wäre. Oliven gefiel mir als Charakter richtig gut, richtig gut, ich mochte sie sehr, sehr gerne, auch das Zusammenspiel mit Adam hat mir wahnsinnig gut gefallen, es wirkt sehr echt, sehr lebendig, sehr jung, auch sehr authentisch tatsächlich, also man kann sich vorstellen, dass zwei, ja, Menschen, die der Wissenschaft so angetan sind, diese Dialoge führen und auch wenn dieser Campus doch ein bisschen ein neues Setting ist, fühlt man sich da recht schnell angekommen, schnell zu Hause und man kann die Faszination der beiden sozusagen auch für ihr Leben sehr, sehr gut verstehen. Ich glaube, dass sehr viele Adam zu Beginn nicht mögen werden, ich muss sagen, ich fand ihn eigentlich relativ okay und sympathisch, ich konnte nicht verstehen, warum man so viele Dinge über ihn gesagt hat und er dann aber zum Beispiel in Bezug auf Oliven tatsächlich ein ganz anderer Mensch war und man aber Oliven dann eigentlich einreden wollte und da kommen wir dann schon zu dem Charakter, den ich nicht so mochte, nämlich Anne, dass man erwartet, dass wie er beruflich ist zu seinen Studenten, dass man diese Hülle über ihn gestülpt hat und gesagt hat, so muss er ja bestimmt auch zu seiner Freundin sein und man eigentlich ständig und das hat Anne wirklich sehr häufig gemacht, ich fand sie auch sehr übergriffig, also das finde ich wirklich als Nebencharakter und als beste Freundin da fand ich wirklich anstrengend und mit ihr bin ich nicht so warm geworden und dass sie eben auch gar nicht geglaubt hat, dass Adam ganz anders zu Oliven ist und das habe ich nicht so richtig verstanden, also dass immer Kritik geäußert wurde und Oliven immer sagen konnte, aber er ist doch nett, er ist freundlich, er ist zuvorkommend und so weiter und man ständig auch den Frust und das haben auch ein, zwei andere Charaktere gemacht, Adam gegenüber dann an ihr ausgelassen haben, wo ich denke, sie sind ja nicht eine und dieselbe Person, also das fand ich tatsächlich ein bisschen merkwürdig und habe das auch nicht so richtig verstanden beziehungsweise war das auch nicht nachvollziehbar erzählt und das war glaube ich auch so ein bisschen mein Problem, was ich hatte, wo diese Anfeindungen irgendwie so herkommen, aber Oliven und Adam waren ein wunderbares Pärchen, die richtig großartige Dialoge hatten, das war wirklich kurzweilig, modern, es war ein wahnsinnig tolles Zusammenspiel, also es hat wirklich Freude gemacht, es war auch wirklich humorvoll und ja, da habe ich sehr gerne mitgelesen. Die Uni-Umgebung, also den Campus, das fand ich sehr interessant, das ist auch einfach mal was anderes und man konnte sich da gut einfühlen, sich das vorstellen, es hätte vielleicht an mancher Stelle ein bisschen ruhiger sein können, ich fand schon, dass es so ein bisschen viel war und auch so ein bisschen, ja, Hektik ist zu viel, aber dass uns viel gezeigt werden soll, das hätte auch ein bisschen ruhiger sein können, es waren auch so die ein oder anderen Fachbegriffe dabei, das fand ich aber nicht schlimm, mit manchen konnte ich was anfangen, zwei, drei habe ich nachgeguckt im Internet, also ich finde jetzt auch nicht, dass man unbedingt studiert haben muss, um das im Grunde nachvollziehen zu können. Zu den etwas freizügigeren Szenen muss ich sagen, ich fand die tatsächlich ganz okay, sie haben für mich die Geschichte aber gar nicht so fortgeführt, gar nicht so weitergebracht, also man hätte da eigentlich auch ein bisschen früher immer den Cut setzen können, weil die Geschichte eben für mich gar nicht diese Intensität in diese Richtung gebraucht hätte, sondern man hätte auch einfach vorher abschalten können und dann wieder ansetzen können. Aber ich fand es in Ordnung, es hat für meinen Geschmack auch zur Geschichte gepasst, aber man hätte sie nicht gebraucht. Also alles in allem eine wirklich schöne, moderne Liebesgeschichte, die mir Spaß gemacht hat, die mich gut unterhalten hat, die auch einfach mal so ein bisschen, ja, was für die Stimmung waren und für das schöne Wetter und ja, da einfach ein bisschen Leichtigkeit hereingebracht hat. Den Hype kann ich aber, wie gesagt, leider nicht so richtig verstehen, da gab es definitiv schon bessere Liebesromane, die ja auch mich definitiv schon besser und mehr gefesselt haben oder noch begeisterter zurückgelassen haben. Aber es war schön und hat definitiv Spaß gemacht. Ganz anders, die nächste Geschichte, ja, der Relaxholder war sozusagen auch wieder am Start und zwar die magischen Buchhändler von London von Garth Nix. Ja, das E-Book habe ich leider abgebrochen, obwohl ich von Cover und Klappentext sehr angetan war und mich das wirklich sehr, sehr, sehr angesprochen hat. Das Buch hat auch den australischen Aurealis Award gewonnen, ich glaube 2020 für den besten Fantasy Roman des Jahres. Da hat man natürlich so eine Erwartung, aber für mich kam das irgendwie nicht an. Ich habe nach circa 30 Prozent das E-Book abgebrochen, müssten so ein bisschen was über 100 Seiten gewesen sein oder so knapp da dran. Ich hatte dann einfach am nächsten Tag keine Lust mehr weiterzulesen. Ich hatte das angefangen und habe dann auch schon gemeint, na, irgendwie, und hatte dann am nächsten Tag keine Freude und dachte, na, irgendwie ist das ein schlechtes Zeichen. Wir treffen auf die 18-jährige Susan, die nach ihrem Vater sucht und dann von einer Art Monster verfolgt wird. Sie wird vom jungen Merlin gerettet und der eröffnet ihr eine neue Welt voller Magie. die Susan erst gar nicht so glauben kann, aber dann relativ schnell damit fein ist und das ist dann auch einer der Kritikpunkte. Die nimmt das relativ schnell hin und es gibt eben ein magisches London oder es gibt ein London mit magischen Buchhändlern, die Mitglieder eines Geheimbundes sind und die Menschheit eben vor der Magie und allerhand anderen beschützen wollen. Doch auch Merlin scheint irgendwas zu verbergen und hat so ein bisschen was an Rachegefühlen in sich und so viel weiter bin ich dann nicht gekommen. Zum einen muss ich sagen, dass ich glaube, der Titel ein bisschen irreführend ist, dass es hier um magische Buchhändler von London geht. In dem Drittel, wo ich jetzt gelesen habe, ging es sehr wenig um die Buchhändler. Es ging sehr wenig so gefühlt um London. Ja, wir sind natürlich in London, aber ich habe in dem ersten Drittel nicht sehr viel davon mitbekommen. Ich glaube, auch, dass der Originaltitel irgendwas mit links- und rechtshändigen Buchhändlern eigentlich zu tun hat und dass je nachdem, wo man sich zugehörig fühlt, da eben was passiert. Aber dazu müsste ich mir dann einfach mal ein paar Rezensionen jetzt durchlesen, die das Buch zu Ende gelesen haben, um dann das wahrscheinlich besser zu verstehen. Ich habe es, wie gesagt, nach 100 Seiten circa abgebrochen. Man wird einfach in diese Fantasy-Welt geworfen. Es gibt wenig Erklärung. Wenn es Erklärungen gibt, dann sind die sehr kurz, sehr schnell, wirklich so zack, zack. Und mein Problem ist auch, dass Susan als Protagonistin das alles hinnimmt. Also ich, wenn in diese Welt komme, ich hätte tausend Fragen und ja, jetzt kann man sagen, ja, wenn du halt fragst, dann ist die ganze Geschichte ja nur ein Frage-Antwort-Spiel. Ja, aber ich nehme es doch nicht einfach hin. Und es gibt so viele Charaktere in Urban-Fantasy-Geschichten, die eben zumindest mal fünf Fragen stellen, was erklärt bekommen, eine kurze Einweisung bekommen und dann sich manches einfach immer weiter ergibt. Und hier hatte ich das Gefühl, Susan kriegt drei Sachen erzählt, zack, ja, ich glaube an Magie und hier bin ich zu Hause und alles ist gut und dann nimmt sie alles hin, was passiert. Und das hat mich so oft zum Kopfschütteln gebracht. Ich fand sie einfach sehr merkwürdig und ich fand sie sehr naiv und ich fand auch einfach, dass sie das mit der Magie viel zu schnell hingenommen hat. Hallo, wir haben jetzt 18 Jahre in ihrem Fall nichts mit Magie am Hut und also sie hinterfragt gar nichts. Also nicht eine merkwürdige Reaktion so ganz zu Beginn, ach, und dann war, also fand ich wirklich strange. Merlin fand ich sehr wirr, ich fand ihn auch sehr flippig und ihn fand ich auch sehr merkwürdig, kann es aber gar nicht so richtig greifen. Zudem fand ich es auch sprachlich sehr holprig und ich bin nicht in diese Fantasy-Welt hineingekommen. Das ist so, ja, es war wenig an Beschreibungen, wenig an dieser Welt. Ja, vielleicht hätte man weiterlesen müssen, das kann man natürlich bis zum Ende immer gar nicht sagen. Ich weiß auch nicht, ob irgendwann mehr zu den Buchhändlern gekommen wären, aber wenn das im ersten Titel nicht passiert und das aber titelgebend ist, dann, ich weiß es nicht. Ich werde jetzt auf jeden Fall mal die ein oder andere Rezension mir dazu anschauen oder ich habe das jetzt auch bei den vereinzelt schon Booktube-Kollegen bei den Neuzugängen gesehen und da auf jeden Fall auch mal ein bisschen dann die Ohren und Augenspitzen und mal sehen, wie es so andere empfinden, die es vielleicht auch zu Ende gelesen haben, aber meins war es eben einfach leider nicht. Ganz anders dann wieder die dunkle Seite von Nick Martin war, was nicht so geil war in 10 Jahren Weltreise. Nick Martin ist ja ursprünglich bekannt für seinen Reisepodcast, für seine geile Lücke im Lebenslauf und er hat ja dort in dem Buch, das sieht man hier hinten auch noch mal drauf, über seine 10 Jahre Weltreise gesprochen. Ich mochte seinen Podcast, ich fand das erste Buch toll und als ich dann eben gesehen habe, oh, hier wird jetzt auch die dunkle Seite des Reisens beleuchtet sozusagen oder seiner Reisen, dann möchte ich das gerne lesen. Ja, das Buch wurde mir zur Verfügung gestellt vom Verlag, auch wirklich vielen Dank nochmal dafür, es ist irgendwie untergegangen, in Vergessenheit geraten, ich, ja, es tut mir immer leid bei Rezensionsexemplaren, es ist auch eigentlich und das wisst ihr nicht so meiner Art, dass es wirklich ein halbes Jahr hier rumliegt, aber manchmal irgendwo, ich mache mir meine, also es ist in dem Fall so, ich habe einfach die Markierungen vergessen, bei den Neuzugängen mir die Markierung in meiner Excel-Liste zu machen und dann ist das eben beim Scrollen nie aufgefallen, dass hier noch ein älteres Rezensionsexemplar liegt. Ja, Nick Martin hat eine sehr direkte Art, Dinge zu erzählen und sich auszudrücken, ich mag seinen fränkischen Akzent im Podcast sehr gerne, ich glaube, er kommt ursprünglich aus Würzburg und ich hatte wirklich im Podcast Spaß und auch mit dem ersten Buch. In diesem Buch hier nun zeigt er uns eben die Schattenseiten seiner Reisen, denn es passieren eben nicht nur schöne Dinge, sondern auch unangenehme Erfahrungen oder eben auch Erlebnisse, die manchmal, wenn man sie Jahre später erzählt, irgendwie lustig sein können, wo man darüber lachen kann, aber es gibt eben auch Geschichten, die nie lustig werden und die man auch Jahre später noch gefährlich findet und ja, einfach Respekt davor hat, was einem da passiert ist. Es geht hier um Flugverschiebungen, Verbrennungen durch Limetten auf dem Kopf oder auch des Körpers, um Riffverletzungen, Bettwanzen und allerhand anderes. Man hat hier vorne auch wirklich eine schöne Übersicht, wo etwas passiert ist, was passiert ist. Also es geht hier dann auch um Drogen, um Google-Fragen und ja, dass eben auch mal irgendwann einfach das Geld alle war. Also er fasst das hier wunderbar zusammen. Es hat mir sehr gut gefallen. Also es ist wirklich ein gutes Buch, um eben einen Einblick über die Schattenseiten zu bekommen. Das Buch ist in kurze Kapitel gefasst, sodass man wirklich schnell weiterkommen, zwischendurch eben auch einfach mal ein Kapitel lesen kann. Das hat mir jetzt auch besonders im Urlaub gefallen, wenn man irgendwo mal eine halbe Stunde auf das Nächste irgendwie gewartet hat, dass man gesagt hat, so ein, zwei Kapitel schaffe ich. Das war richtig, richtig toll. Ich fand auch toll, dass zu Beginn der Kapitel ein kurzer Überblick war, wo man ist, wann man ist und auch ein bisschen eine Einstimmung auf die Geschichte bekommt. Auch wirklich die vielen Fotos. Also das kann man jetzt ja wahrscheinlich hier einfach mal beim Blättern so ein bisschen zeigen, dass wirklich wahnsinnig viele Bilder in diesem Buch drin sind. Das finde ich richtig, richtig toll. Die Bilder sind auch sehr gut gewählt und begleiten definitiv den Text von Nick Martin. Sprachlich hat es auch wieder Spaß gemacht, ihm zu lauschen. Ich mag seinen fränkischen Stil und er bekommt hier ja Unterstützung von Anita Vetter, die im Grunde all das, was er ihr mündlich sozusagen einspricht. So hat er das, glaube ich, mal bei seinem ersten Buch erzählt. Sie das dann eben in eine schöne, geschriebene Form bringt, aber eben nichts verfälscht und auch sein Fränkisch durchaus hier noch durchkommt. Und ja, das hat auf jeden Fall Spaß gemacht und man hört ihn eben förmlich beim Lesen. Also das ist richtig toll. Dadurch, dass ich ja auch seinen Podcast damals gelauscht habe. Er erzählt auch hier sehr respektvoll von seinen Reisen. Er zeigt auch Unterschiede auf, die kaum greifbar vielleicht für uns außenstehende sind. Also das macht er richtig, richtig gut. Und er hat eben auch überhaupt keine Scheu vor Neuem, vor dem Unbekannten. Er ist ein ganz toller Beobachter von Menschen, Situationen, von Orten und das kann er auch wunderbar wiedergeben. Und das macht er alles mit Scham, Witz und auch wirklich großer, großer Freude über das Erlebte. Also es ist so viel Lebensfreude in seinen Erzählungen. Das macht richtig, richtig Spaß. Und man hat wirklich Lust, einfach loszureisen. Jetzt nicht unbedingt das zu erleben, was er erlebt hat in diesem Fall. Aber ja, nicht jede Geschichte, das muss man schon zugeben, in diesem Buch war vielleicht erzählenswert. Aber alles in allem fand ich es wirklich sehr gut. Es hat mich sehr unterhalten. Es ist empfehlenswert, wenn man eben einfach mal auch so ein paar ganz blöde Situationen lesen möchte, die eben sonst in Reiseberichten oder so nicht enthalten sind. Und ich finde es wirklich eine tolle Ergänzung zu seinem ersten Buch. Und die heißt ja auch Die geilste Lücke im Lebenslauf. Und ja, also ich kann beide Bücher sehr, sehr empfehlen. Auch seinen Podcast kann ich empfehlen, wenn man ihn noch gar nicht kennt. Ja, hat mich auf jeden Fall sehr, sehr gut unterhalten. Und das letzte Buch der Woche ist dann von Joe Hill, Stranger Weather. Ja, ganz dem Motto King im April habe ich eben einen halben King gelesen. Denn Joe Hill ist ja der Sohn von Stephen King. Und das Buch ist mir aufgefallen, ich glaube im Januar, dass das letztes Jahr im Januar auch bei mir eingezogen ist. Also 2021. Also in der Rache dann noch übrig geblieben sozusagen ist. Also wie auch noch einige andere. Aber dass mich das mal wieder in Erinnerung gebracht hat. Das Buch von Joe Hill ist im Fester Verlag erschienen. und ich glaube der E-Book-Preis war irgendwie bei 4,99, 5,99. Was ich absolut fair finde und wirklich einen guten E-Book-Preis. Das ist mir bei Fester ja schon öfter positiv aufgefallen, weswegen ich das hier auch eben einfach kurz sagen möchte. Ich habe von Joe Hill schon Christmasland gelesen und auch Teufelszeug. Die haben mir beide sehr gut gefallen. Fireman habe ich damals abgebrochen und im Hungen Gras, das er zusammen mit seinem Vater geschrieben hat. Das ist glaube ich auch eine Kurzgeschichte, die verfilmt wurde. Die fand ich okay, aber schon sehr brutal und blutig. Also das ist, ja, Joe Hill geht da manchmal noch einen Schritt weiter als Stephen King. Das ist manchmal schon ganz schön heftig und das merkt man hier auch an den 4 Novellen. Alle 4 Novellen würde ich definitiv im Horrorbereich ansiedeln. Mal ein bisschen mehr Fantastik, mal weniger. Aber ja, ich würde schon sagen, dass sie so ein bisschen in die Horror-Grusel-Reihe gehen. Die erste Geschichte ist Schnappschuss und hier haben wir Michael, der eher ein dickliches Kind ist und eines Tages sein früheres Kindermädchen entdeckt. Sie macht einen sehr verwirrten Eindruck auf ihn. Sie nimmt ihn dann oder er bringt sie nach Hause und dort erzählt sie ihm vom Polaroid-Mann. Und ja, da schließt sich gerade der Kreis zur Geschichte von Stephen King und dass dieser mit jedem Schnappschuss auch irgendwie eine Erinnerung nimmt. und das ist natürlich von der Idee schon sehr, sehr gut gemacht. Mir hat die Geschichte sehr gut gefallen. Mir ist auch das Ende sehr nahe gegangen. Es war sehr emotional. Es hat mich fast ein bisschen überrascht und man bekommt tatsächlich so ein bisschen ein unangenehmes Gefühl. Hier hat er sich aber dann am Ende ein bisschen verlaufen. Das hätte nämlich tatsächlich ein bisschen kürzer sein können. Also es hätte schon, ich glaube, so eine Spur eher enden können. Es war aber schon sehr atmosphärisch. Es war, ja, es war gut. Also es war eine sehr gute Geschichte, die wirklich sehr gepackt hat, die diesen unterschwelligen Moment auch hat. Und ja, die gefiel mir auf jeden Fall sehr, sehr gut. Die zweite Geschichte, Geladen, da hatte ich anfangs so ein bisschen meine Probleme, denn wir haben sehr unterschiedliche, verschiedene Charaktere, die mit verschiedenen Themen daherkommen, egal ob das Rassismus ist, ob das Amokläufe sind und so weiter. Die tauchen irgendwie alle auf und es ist eine sehr lange Geschichte. Ich glaube, sie hatte auch knapp 250 Seiten und ist, glaube ich, auch die längste in diesem Buch. Und irgendwie war der Anfang sehr verwirrend. Ich wusste lange nicht, wohin diese Geschichte eigentlich gehen wird, weil einfach so viele Charaktere da waren. Das hätten für mich definitiv weniger Charaktere sein können. Es war auch der rote Faden nicht so erkennbar. Als der dann aber da war, wurde es extrem heftig. Es wurde mir an mancher Stelle auch schon zu viel und ich hatte auch so ein, zwei Momente, wo ich so dachte, willst du das wirklich weiterlesen? Gegen Ende gab es aber dann schon sehr etwas Emotionales, wo ich dann auch wirklich mit den Tränen gekämpft habe, weil es dann sehr nah am Leben ist und diese Geschichte hat auch wenig Übernatürliches. Ja, also es hat mich irgendwie sehr verwirrt zurückgelassen. Deswegen würde ich sagen, es ist eine okay Geschichte und sie konnte es auch hinten raus nicht mehr retten, dass der Anfang so wirr und durcheinander irgendwie war. Hoch oben, ja, ist definitiv so mein Favorit aus dieser Geschichte, denn unser Protagonist Tier macht einen Fallschirmsprung, da er aus verschiedensten Gründen jetzt das Leben genießen und leben möchte. Er hat jemand sehr nahestehendes verloren und möchte jetzt so seine Zeit irgendwie nutzen, doch bei diesem Fallschirmsprung passiert dann etwas Besonderes, denn er landet auf einer festen Wolke und dort kann er ja, sein Leben, was er bisher gelebt hat, eben auch reflektieren und das hat mir wirklich sehr gut gefallen. Also ich fand diese Idee gut, man denkt ja auch erstmal, das ist nichts Neues, aber Joe Hill hat hier etwas Neues, Tolles draus gemacht. Es ist eine sehr philosophische Idee, der hier nachgeht, auf einer Wolke irgendwie zu stranden, auch wenn der Protagonist nicht so sympathisch war, ging einem diese Geschichte doch so ein bisschen so an die Substanz, denn ich fand es sehr originell umgesetzt und man spürt auch förmlich, wie er über sich hinaus wächst und man selbst eben auch mitwächst und das fand ich richtig toll. Also es hatte hier wirklich eine tolle Idee, einen richtig guten Ansatz und auch die Ausführung hat mir wirklich hier mit am besten gefallen. Also wirklich eine tolle Kurzgeschichte hoch oben. Und die letzte Geschichte ist dann Regen und hier lässt sich schon erahnen, dass es eben um Regen geht. Wir sind irgendwo in Colorado unterwegs und es fallen auf einmal Kristallsplitter vom Himmel und die zerfetzen die Menschen, die eben sich nicht mehr schützen können. Und schnell hat man das Gefühl, man ist hier irgendwie in einer Apokalypse unterwegs, aber man trifft dann eben auf ein Pärchen, die eben versuchen, dass sich das eben nicht weiter auf der Erde ausbreiten. Ich fand die Geschichte nur so okay. Sie war nicht so ganz meins, denn ich mochte das Stilmittel so ohne rechte Kapitel, ohne Absätze. Ich fand das ein bisschen schwierig zu lesen. Auch die Geschichte so war, ja, ein bisschen, sie war okay. Das Nachwort hat einiges aufgelöst, konnte es aber für mich auch nicht mehr so richtig retten. Ich fand, dass die Charaktere sehr gut dargestellt wurde. Ich fand es toll, dass er sein Augenmerk auf die richtigen Dinge gelegt hat, ohne zu spoilern. Das erste Drittel war richtig gut und dann hat er sich aber irgendwo verloren. Und es waren dann vielleicht auch einfach zu viele Themen, die er besprechen wollte. Ja, das so zu den vier Novellen. Ich glaube, wer Stephen King gerne liest, wird auch mit diesen vier Novellen seinen Spaß haben, wird mit Joe Hill Spaß haben, denn ich glaube schon, dass wer den atmosphärischen, einnehmenden Stil von King kennt, der wird das hier eben auch einfach mögen, was Joe Hill hier macht. Er hat wirklich tolle Ideen, die er zu teilen wirklich sehr gut umsetzt. Nicht in jeder Geschichte, das ist das Beste irgendwie, aber wirklich schon unterhaltsam, atmosphärisch, auch den Grusel so ein bisschen bewirkt und auch das Grauen irgendwie zum Beispiel darstellt und ich fand das richtig gut und ich glaube schon, dass auch, dass manchmal mein Problem hier auch einfach die Kürze der Geschichten waren, ich halt einfach ein Mensch bin, der gerne längere Geschichten liest, aber es war atmosphärisch, sehr packend, es war Spannung in jeder Geschichte vorhanden, die wirklich gut aufgebaut wurde und auch bleiben konnte, also wer sich hier vielleicht mit Joe Hill mal probieren möchte, der guckt sich einfach dieses E-Book an oder ja, es gibt es ja auch als echtes Buch, wer jetzt vielleicht nicht der Digitalleser ist und schaut eben einfach mal, ob ihn hier irgendwie was packen kann, fesseln kann, ob der Stil von Joe Hill etwas ist. Ja, ich glaube, das kann man mit Novellen schon immer ganz gut greifen, auch wenn natürlich längere Geschichten schon nochmal was anderes sind, was ich ja zum Beispiel auch immer bei Stephen King sage, der kann für mich am besten einfach längere Geschichten, wo er sich mit seiner Atmosphäre einfach austoben kann. Ja, aber hier wirklich Empfehlung, ich sage jetzt mal bis auf, vielleicht wirklich bei jeder Geschichte so einen kleinen Kritikpunkt, aber gerade hoch oben, die lohnt sich auf jeden Fall mal anzuschauen. Und das waren sie jetzt, die Bücher der zwei Wochen. Oh mein Gott, wie lange quatsche ich hier eigentlich schon? Ja, zur Serie vielleicht ganz kurz. Ich habe bei The Originals jetzt mit Staffel 5 begonnen. Das ist jetzt ja auch schon die letzte Staffel. Ich bin sehr gespannt, wo der Weg hingeht. Ich mag diese Serie unglaublich gerne. Also ich glaube, ich mag sie vielleicht sogar noch einen Ticken mehr als Vampire Diaries. Einfach, weil ich den erwachseneren Stil sehr gerne mag, weil ich die Urvampire großartig finde, weil ich auch so die Geschichten in den Geschichten sehr gut finde, auch wenn es natürlich viele Nebenstränge der Erzählungen gibt. Aber ich hätte nicht damit gerechnet, dass mich, also sowohl jetzt The Originals auch als letztes Jahr ja schon Vampire Diaries so begeistern werden. Richtig, richtig toll. Es hat die dritte Staffel von LOL begonnen. Das ist ja die Sendung, wo man nicht lachen darf. Wir sind ja ja dritte Staffel. Bulli Herbig ist wieder der Gastgeber sozusagen. Wir haben unterschiedlichste Gäste. Es sind jetzt aktuell, glaube ich, haben wir vier Folgen, glaube ich, geguckt und es kommen noch zwei. Jeden Freitag, nee, Donnerstag, Freitag, ich bin mir gerade gar nicht sicher, immer zwei Folgen. Wir haben die jetzt eben jeweils immer am Wochenende angeschaut. Wir haben schon sehr viele Lachmomente gehabt. Allerdings sind so zwei, drei Comedians drin, die einfach nicht meinen Humor treffen und ich dementsprechend auch nicht so lachen kann. Und ja, das war bei den anderen Staffeln tatsächlich ein bisschen ausgeglichener, aber bisher, es ist immer super unterhaltend, alleine wie die alle ihr Gesicht ziehen und eben verkneifen, dass sie nicht lachen. Aber ja, bin sehr gespannt, wer hier gewinnen wird. Es ist ja auch Mirko Nonchef dabei, der ja im letzten Jahr, kurz danach, glaube ich, auch verstorben ist, wo man auch lange gehadert hat, ob man das überhaupt dann ausstrahlt oder nicht. Aber ich glaube, Mirko hätte gewollt, dass wir alle was zu lachen haben und ja, das tut man dann natürlich auch sehr gerne. Hier spricht die Steffi aus dem Schnitt. Ja, wir sind bereits bei über einer Stunde Videozeit angekommen und ich werde meine Gedanken, die ich eigentlich hier noch zu Fantastische Tierwesen einbringen wollte, auf die nächste Bücherwoche verschieben. Aufgehoben ist nicht aufgeschoben oder umgekehrt. Ihr werdet in der nächsten Bücherwoche ja, die Steffi von heute sozusagen wiedersehen, wie sie euch über den Film ein bisschen was berichtet, aber ich glaube, das Video ist jetzt einfach schon so lang, wenn ich jetzt hier noch zehn Minuten über einen Film quatsche. Das heben wir uns fürs nächste Mal auf. Ja, ich habe, glaube ich, jetzt genug gequasselt. Ich habe die Uhr guckt, oh mein Gott, das war so gar nicht geplant. Ich werde, glaube ich, jetzt öfter doch mal davon abhängig machen, wie viel ich lese, ein bisschen spontaner, ob es Sinn macht, eine Bücherwoche so zusammenzufassen in zwei, also zwei Wochen in eine. Ich habe wirklich nicht damit gerechnet, dass ich in der zweiten Woche noch irgendwie vier Bücher ja sozusagen habe. Ich dachte, es wird vielleicht ein bisschen weniger, aber das Wetter war dann auch nicht so zum Wandern. Das hat mir dann so ein bisschen einen Strich durch die Rechnung gemacht, dass dann eben doch so zwei, drei Pläne ins Wasser gefallen sind. Ja, es ist manchmal so. Ja, aber ich hoffe, ihr hattet trotzdem Spaß mit diesem langen Video und ich weiß, dass einige von euch das auch nehmen bei Höheren oder dabei dann eben Putzen oder Bügeln. Ich hoffe, ihr seid jetzt mit allem fertig geworden und ich würde das Video jetzt einfach mal beenden. Schaut in die Infobox, wenn ihr was zu den Büchern oder zum Relax Holder wissen möchtet, findet ihr alles in der Infobox. Schaut da gerne mal vorbei und ich danke euch jetzt fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, ein tolles Wochenende und dann sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut, tschüss, eure Steffi.